Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben heute Mittwoch, den 3.6. und wir blicken auf ein paar Währungen mit dem Euro in Namen Euro-Japanischen Yen, den Euro-Singapur-Dollar und Euro-Britischer Fund. Das ist das, was ich für heute auf der Liste habe mit interessanten Chart-Formationen bzw. Verortungen und Raum für Fragen. Den gibt es natürlich auch. Das heißt, wer hier zuschaut und gerne den ein oder anderen Wunschmarkt los haben oder los werden möchte, bitte einfach rein in die Chats auf Facebook und go to Webinar. Ich kümmere mich da um die Fragen sehr, sehr gerne hier im Nachgang der drei Analysen. Danke auch für die lieben guten Morgengrüße über die Kanäle und an dieser Stelle wie immer der richtige Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFD ist auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Als nächstes blicken wir wie jeden Morgen auf die Nachrichten. Nachrichten bewegen Kurse. Deswegen schauen wir drauf. Heute Nacht haben wir Daten aus China und Japan bekommen. Beides positive Sachen aus Japan. Der Einkaufsmanager-Index lag zum einen über den Erwartungen, zum anderen über dem Vorergebnis. Deswegen auch eine schöne grüne Zahl. Es wird langsam wieder besser. Aus China haben wir Daten bekommen. Hier an dieser Stelle auch die Einkaufsmanager-Indizes oder den Einkaufsmanager-Index hier mit einem Wert von 55. Das Ganze für die Dienstleistung und den Monat Mai. Vorher standen wir hier bei 44. Einkaufsmanager-Index gibt es heute auch bei uns in Deutschland. 9,55 gibt es die aktuellsten Daten. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier. Der Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung. Da war das letzte Ergebnis 16,2. Die Erwartungen steigen hier mittlerweile wieder an. Es gibt eine Prognose von 31,4. Der DAX läuft weit vorweg. Das heißt, mal schauen, vielleicht gibt es ja hier auch eine positive Überraschung. Bei den Arbeitslosenzahlen, die kriegen wir heute unter anderem auch aus Deutschland. Wir sehen es hier. 200.000 Stück sind da zu erwarten. Die Arbeitslosenquote in Deutschland wird berechnet auf aktuellen Daten mit 6,2 Prozent. Im Vormonat waren es 5,8 Prozent. 10 Uhr gibt es dann den Einkaufsmanager-Index. Für die EU im Gesamten und für die Dienstleistung. Das Ganze hier auch ansteigend erwartet. Da möchte ich jetzt die Zahlen nicht alle vorlesen. 10 Uhr 30 gibt es dann Einkaufsmanager-Indizes. Im Gesamten und für die Dienstleistung aus Großbritannien. Auch hier erwartet die Analystengruppe steigende Zahlen. Und die Arbeitslosenquote für die Eurozone, die gibt es auch um 11 Uhr. Hier 8,2 nach 4,7 im Vormonat. Das um 11 Uhr. Und dann geht es weiter am Nachmittag in den USA. Da starten wir auch mit Arbeitslosenzahlen. Diese Woche haben wir ja zwei wichtige Dinge. Erstens der ADP-Bericht. Den gibt es heute. Die Non-Farm-Payrolls dann am Freitag. Wir sehen es hier um 14.15 Uhr. Die ADP-Beschäftigungsänderung. Man geht hier von einem Rückgang aus, der aber bei weitem nicht so stark sein wird. Also hier haben wir es drinstehen. 9 Millionen werden erwartet nach 20 Millionen im vorherigen Monat. Wir werden sehen, ob es tatsächlich so kommt oder ob wir eine positive Überraschung bekommen. Die Lockdown-Maßnahmen greifen ja auch so langsam in ihre Lockerung in den USA. Wir schauen mal, was hier entsprechend auf der Arbeitsmarktseite passiert. 15.45 Uhr bekommen wir dann auch die Einkaufsmanager-Daten aus den USA. Hier auch heute wieder den Gesamtindex und das Ganze für die Dienstleistung. Und was wir hier auch sehen, wie bei den Ergebnissen vorneweg. Die Analysten sind optimistischer, das stimmt als vorher. Man geht von steigenden Zahlen aus. 16.00 Uhr gibt es die Auftragseingänge für den Monat April. Das Ganze wird sinkend erwartet. Dann haben wir hier in den USA um 16.00 Uhr noch den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Das Ganze hier, wie schon gesagt, um 16.00 Uhr. Auch hier geht man von leicht steigenden Werten entsprechend aus. 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöl-Lagerbestände, die Rohöl-Zahlen von gestern. Also die API-Zahlen von gestern waren übrigens ganz, ganz leicht sozusagen gesunken um 0,5 Millionen, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe. Das zu den wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag. Bitte auch für die einzelnen Währungspaare selbst schauen. Es ist wichtig, dass man da auch Bescheid weiß. Gerade im kurzfristigen Trading macht es durchaus Sinn, die Nachrichten mit im Blick zu haben. Die können positiv wie auch negativ wirken. Es kommt immer darauf an, wie man positioniert es. Wie sich sowas bewegen kann, will ich mal ganz kurz zeigen. Hier auch in Währungspaaren, die man nicht jeden Tag auf der Uhr hat. Schaut euch mal an, was hier im Austral-Dollar-Japanischen Yen passiert ist. Der ging gestern ab wie eine Rakete. Wie sagen wir hier so schön wie Schmitz Katze. Da hat ja die Notenbank getagt und danach kannte das Teil einfach kein Halten mehr. Hier wie in einer Rakete ist das Ganze nach oben geschossen. Das sind halt die Dinge, die Nachrichten bewirken können. Und da kann man schön von partizipieren, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und damit schauen wir auf die drei Währungspaare von heute. Wo wir gerade im Yen sind, bleiben wir doch einfach mal beim Yen. Starten wir hier mit dem Währungspaar Euro-Japanischer Yen. Hier an dieser Stelle. Der Blick zunächst, beziehungsweise das, was ich sagen möchte oder sehen möchte, ist hier das Ganze einfach mal auf der großen Zeitebene kurz noch anzuschauen. Hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Das ist jetzt mal der Tageschart. Keine Sorge, ich mache den gleich größer, dass man es besser auch sehen kann. Wichtigerweise sollte man halt hier einfach mal darauf achten, was hier passiert ist. Und eine Sache ist hier sehr, sehr wichtig. Und zwar das Bild, was ich jetzt hier habe auf Tagesbasis. Da sieht man hier gerade in diesem letzten Bereich schon, dass der Markt nach unten wollte. Aber jetzt hier so eine blaue Linie vom Chart-Tool eingezeichnet wird. Die blaue Linie wird übrigens eingezeichnet vom MTON Live. Das heißt, das ist das Trend-Erkennungs-Tool. Und immer wenn so eine blaue Linie vorhanden ist, da sehen wir, dass mit dem vorhergehenden Trend irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Und das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Verortung. Weil, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis anschauen, schaut mal bitte hier diesen Bereich an. Die Marke von 121.2. Das war immer wieder ein starker, starker Widerstand. Da ist der Markt herangelaufen und immer wieder deutlich nach unten abgeprallt. Jetzt sind wir hier innerhalb eines Aufwärtstrends. Den kann man auch erkennen hier. Der wird auch schön angezeichnet hier. Das ist der laufende Aufwärtstrend, der aktuelle Trend. Sind wir über diesen Widerstand drüber hinweggelaufen. Und zwar nicht nur ein bisschen angelupft, sondern ordentlich mit Bums, mit Karacho dahinter. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg ins nächste Widerstandslevel auf die 122.650. Das ist das, was wir sehr, sehr schön auf Tagesbasis erkennen können. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Phase, wo der Markt anscheinend wirklich mal ordentlich neue Bewegungen reinnimmt. Ordentlich neue Trends auch aufbaut. Das heißt, dass diese langen Phasen der starken Seitwärtsbewegung irgendwann vorbeigehen. Das wird ja inzwischen immer mehr in vielen Charts ersichtlich. Und so sehen wir es hier auch im Euro-japanischen Yen, dass doch durchaus jetzt Dynamik drin ist. Eine Sache muss man aber immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und zwar, wenn man einfach mal sieht, wie weit sich dieser Bewegungsarm mittlerweile erstreckt. Da wird ganz klar irgendwann mal eine Korrektur auch kommen. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal im 4-Stunden-Chart hier anschauen, dann sehen wir halt auch, dass wir durchaus nach oben hin noch ein paar Anlaufpunkte haben. Aber diese Überdehnung halt schon sehr, sehr weit gelaufen ist. Deswegen Nummer 1. Erster Anlaufpunkt nach unten. Da wäre es jetzt wichtig, wenn wir tatsächlich eine Korrektur sehen, dass wir hier in diesem, ich habe es noch rot gelassen, in diesem ehemaligen Widerstandsbereich, dass wir da, das ist jetzt zur Unterstützung geworden, deswegen mache ich es mal kurz grün, dass wir da abprallen und nicht drunter fallen. Das wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen an dieser Stelle, wenn das an diesem Punkt kommt. Dann haben wir nämlich richtig gut die Karten direkt weiter nach oben hin zu laufen. Und wenn wir mal schauen wollen, wo wir hinlaufen können an diesem Punkt, schaut mal, dann haben wir hier aus diesem Abwärtsschub oben noch zwei, sage ich mal, kleine Anhaltspunkte liegen. Und zwar wäre das zum einen hier dieses Level und dann auch dieses Level. Das sind hier aus diesem Schub nach unten so ein paar Level, die hier noch drin liegen. Ob die wirklich starke Marktrelevanz haben werden, um dafür zu sorgen, dass der Markt der Titel hier umdreht, das wird sich zeigen. Sie liegen halt da. Deswegen sieht man sie und kann sie mit beachten. Marken hier 122 und 122,385 in etwa. Das größte, wichtigste, was wir hier sehen, ist natürlich oben der Deckel drauf bei 122,65. Das ist das, was hier an dieser Stelle wichtig ist, was man mit beachten sollte. Der Weg ist jetzt eingeschlagen. Und der Weg ist jetzt frei. Wenn wir uns das Ganze mal noch etwas näher im Kleineren anschauen wollen und mal die netzte Bewegung hier stark anschauen wollen, da sehen wir es halt. Schaut mal hier unten. Deswegen habe ich da keine Linie dran gezogen. Das Tief, was wir hier haben aus der letzten Bewegung, der letzte Zacker hier oben, da sehen wir schon, es wird jetzt langsam zappelig hier in diesem Bereich. Und sollten wir tatsächlich hier unten drunter durchfallen, also hier, ich gebe es mal kurz mit dem Fadenkreuz raus, das Tief hier in etwa bei 121,3. Wenn wir da drunter fallen, dann ist die Bewegung erstmal kurzfristig zumindest rausgenommen und die haben Potenzial nach unten. Das Potenzial, was wir hier zur Unterseite haben, das ist schon deutlich erkennbar, weil hier unten haben wir den letzten Ausbruch. Das andere ist nur klein zack. Da ist also wirklich so viel Dynamik reingekommen, dass wir, wenn wir eine Korrektur sehen, durchaus auch mal flott nach unten laufen können. Deswegen sind diese Level hier unten, je nachdem wie tief die Korrektur läuft, halt auch relevante Aussichtslevel für die Korrektur. Das heißt hier, der letzte größere Ausbruchsbereich um die Marke von 120. Und dann können wir uns schön an den Zwinglos orientieren. Da habe ich mal die nächsten beiden noch mit reingenommen. 119,4 und 118,85. Das sind die, die wir hier gut erkennen können, wenn wir uns den Bewegungsarm mal anschauen. Und das wäre dann einfach nur die Korrektur im laufenden Aufwärtstrend. Das heißt, das ist das, was wir hier auch vorhin auf Tagesbasis gesehen haben. Dieser schöne dynamische Schub nach oben. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, die Hälfte, die haben wir in etwa hier in diesem Bereich um die 119,4. Und das wäre mal eine mitteltiefe Korrektur. Und das ist durchaus möglich. Wir werden sehen, ob es kommt. Wichtigerweise schauen wir jetzt erst mal auf die Daten, die wir hier vor uns liegen haben. Das heißt, der Widerstandsbereich, beziehungsweise der alte Verkaufsbereich, an dem wir jetzt reinlaufen hier oder an dem wir ranlaufen. Ich habe es ja gezeichnet hier drüben um die 122. Da schauen wir mal, ob da tatsächlich Kaufnachfrage kommt und weitere Dynamik reinbringt. Oder ob wir abprallen und die kurzfristigen Trader ein bisschen was an Korrektur mitnehmen können. Wir bleiben beim Euro. Das machen wir heute. Es sei denn, es kommen noch andere Wunschmärkte. Und zwar schauen wir jetzt mal auf das Währungspaar Euro-Singapur-Dollar. Hier nämlich eine schöne Flagge im Aufwärtstrend. Diese Währung, die haben wir nicht so oft auf der Uhr, aber hier die, sage ich mal, Jungs und Mädels, die öfter zuschauen, wissen ja, ich habe hier ein großes Portfolio zur Verfügung, wo ich meine Analysen drüber laufen lasse jeden Tag. Und da kommen halt auch manchmal Währungen rein, die nicht gerade in der ersten Reihe stehen, aber durchaus für den einen oder anderen Swing Trade gute Ergebnisse erzielen können. Wir haben es ja zuletzt beim Währungspaar mit der türkischen Lira gesehen und deswegen heute mal eine etwas selten besprochene Währung sozusagen. Was haben wir hier? Was habe ich auf der Uhr? Zwei interessante Marker im Vorfeld und das dritte ist die Korrektur. Der interessante Marker im Vorfeld Nummer 1, schaut mal hier, schöne Aufwärtsdynamik nach oben bekommen, untergeordnet auch leicht getrendet und dann eine Korrektur auf hohem Niveau. Ist zwar ein bisschen breit jetzt hier, aber wir schwingen hier auf relativ hohem Niveau. Wenn man sieht, woher wir gekommen sind, schön angestiegen und die Verortung, die war wirklich sehr, sehr wichtig. Warum? Der Markt hat hier nicht wieder abverkauft, als er hier an dieses Verkaufslevel herangekommen ist. Die grüne eingezeichnete Linie hier, die 1,556, das war hier lange Zeit, lange Zeit wirklich ein Widerstandslevel und da hat der Markt drunter verharrt und nicht einfach nachgegeben, abgegeben nach unten, sondern er ist da oben in diesem Bereich stehen geblieben. Seitwärts gelaufen, das heißt über die Zeit korrigiert und dann mit Dynamik oben rausgebrochen. Hier hat die Dynamik angefangen und dann hat sie sich wirklich über drei Tage schön nach oben aufgebaut, bis wir, und das ist wieder so ein Level, wo ich sage, da müssen wir auch einfach hinschauen, in hier oben diesen Verkaufsbereich reingelaufen sind. Die Marke von 1,57,34, da war das hoch hier gewesen. Das war genau dieser Verkaufsbereich hier wieder und das ist halt immer so die Frage, die man sich als Händler auch stellen sollte, immer zu sagen, wer kommt denn jetzt nach mir ins Spiel? Wo kann ich Käufer finden, wenn ich in der Long-Position unterwegs bin, an denen ich meine Position wieder mit Gewinn verkaufen kann? Das sind die Marke, die wir suchen müssen. Und da gibt es halt immer wieder Anlauflevel, wo man sagen kann, okay, hier auf dieser Stelle, was passiert denn hier an diesen Punkten? Und da hat es halt jetzt den Verkaufsdruck gegeben, aber alles nicht so dramatisch. Wir sehen jetzt hier einfach nur die Korrektur im laufenden Aufwärtstrend. Die haben wir hier im Trendkanal unten laufen. Reines Potenzial nach unten hin ist auch noch vorhanden. Wir schauen uns das Ganze mal kurz im 4-Stunden-Chart an. Da sieht man es ein bisschen besser. Da sieht man auch schön, wie der Trend nach oben läuft. Hier, wartet mal, ich mache euch das mal noch ein bisschen kleiner. Schaut mal, hier hat man die Abwärtsdynamik. So, hier an dieser Stelle, hier ist der Widerstand gewesen, der jetzt Unterstützung ist. Und hier oben in diesem Bereich, das war der Seitwärtslauf, den ich da gemeint habe. Und da ging es dann wirklich schön dynamisch oben drüber. Und jetzt korrigieren wir das Ganze. Hier sehen wir es schön nach unten laufen. Und wie ich schon sage, wenn hier der Ausbruch durch die Oberseite drüber kommt, also über diese Werte, die wir hier haben, ich ziehe die Linie mal kurz ein bisschen schräger runter, ist ja einfach klassische Chart-Technik. Wenn wir hier tatsächlich deutlich drüber laufen, der Markt anfängt hier zu trenden nach oben hin. Das ist dann genau das Zeichen dafür, dass wir wieder nach oben wollen. Und als nächsten Anlaufpunkt haben wir dann, wie schon gesagt, hier oben das Widerstandslevel da, wo wir rumgedreht sind, am Hoch bei 157, bei 157,34. Und wenn wir dieses Level komplett aus dem Markt nehmen, setzt sich halt der aktuelle Aufwärtstrend fort. Und der nächste Anlaufpunkt wäre dann hier oben, dieser Widerstandsbereich, um die 159. Und das, denke ich mal, ist doch ein schönes Zeichen, wenn man hier entsprechend oben reinläuft, in diese Marker. Da ist genug Potenzial zur Oberseite da. Wenn wir uns nochmal die aktuelle Korrektur anschauen wollen, da ist es halt interessant zu sehen, wie hat sich das Ganze denn hier entwickelt? Wo haben wir Anlaufpunkte? Einen Drehpunkt, den wir hier aus dem letzten Schub nach oben haben, haben wir hier das kleine Zwischentief bei 1,56,1 beziehungsweise dann hier unten den Unterstützungsbereich um die Marke von 1,55,6 im Währungspaar Euro-Singapur-Dollar. Und dann gehen wir auf das dritte Währungspaar hier und heute in den Analysen, und zwar Euro-Britischer Fund. Und hier haben wir den ja auch schon des Öfteren besprochen. Es gibt immer mal wieder sehr, sehr interessante Situationen. Das letzte Mal hatten wir die sehr charmante Entwicklung gesehen, dass der Markt hier, das ist etwas, das hatten wir ja gerade auch gesehen, unter diesem Verkaufslevel kontrahiert ist und dann mit Dynamik nach oben ausgebrochen ist. Das haben wir hier gesehen. Das war ein sehr, sehr bullisches Zeichen, aber die Bullen, ja, die haben irgendwie gerade keine Lust. Wir sehen es hier oben im Verkaufsbereich, das sind die Level, da kommt es immer mal zur Korrektur. Das kann ja sein, aber wenn wir sehen, bis wohin der Markt hier gelaufen ist, das war schon ganz schön heftig. Und die Dynamik hat halt nicht vor dem Trendtief ihr Ende gefunden, sondern ist drunter gelaufen. Auch wenn wir nur kurz drunter gespiked sind, aus technischer Sicht, hier sehen wir es, haben wir wieder eine blaue Linie drin und diese blaue Linie heißt halt, dass hier das Trendtief unterschritten worden ist und das bedeutet in diesem Fall halt, dass mit dem vorgehenden Aufwärtstrend irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir nach unten fallen wie ein Stein. Wir können genauso gut wieder die Richtung nach oben aufnehmen. Das haben wir ja auch schon oft gesehen. Das heißt jetzt an dieser Stelle, wir müssen genau hinschauen und deswegen ist die Verortung hier wieder so sehr, sehr interessant an dieser Stelle, weil, schaut euch mal an, was hier passiert. Wir sind hier kurz vor dem Unterstützungsband um die Marke von 08864. Unterstützungsband deswegen, weil wir, kleinen Augenblick, hier, schaut mal, wo wir herkommen, das war das große Ausbruchslevel und deswegen hat das Ganze Marktbeachtung. Hier sind wir ja auch reingespiked und direkt nach oben gelaufen. Wenn wir jetzt allerdings unten drunter laufen, dann haben wir hier, und jetzt muss ich nochmal größer zoomen, dass wir es besser sehen können, dann haben wir hier im Kleinen, schaut euch das mal an, so, schaut, hier sieht man es schon, in Rot, hier Bewegung nach unten, hier die Gegenbewegung und dann das Rote nach unten vorzusetzen, laufen wir tatsächlich hier unten unter das Load runter, dann haben wir hier wieder einen Abwärtstrend am Laufen und dieser Abwärtstrend hat dann durchaus deutliches Abwärtspotenzial, Potenzial vorgemerkt, deswegen brauchen wir das, die Wahrscheinlichkeiten müssen wir immer in Betracht ziehen, heißt also, wenn wir hier tatsächlich unter die 0886 runterlaufen, haben wir den nächsten Anlaufpunkt mal hier, wo ich die blau gestrichelte Linie gemacht habe, in dem Level, wo sich dieser Aufwärtstrend hier gebildet hat, das ist die Marke um die 08814, da ist auch ein Schwungbereich hier unten drunter, den man sich mit anschauen kann, also hier diese Marke, da war ein kurzer Piekser rein und dann ging es nach oben, also das ist durchaus ein Kaufbereich, hält der nicht stand, die nächsten Marken sehen wir hier, hier in diesem Bereich bei 08712, wäre dann mal ein weiterer Anlaufbereich auf der Unterseite und das ist interessant, nach unten, nach oben hin, haben wir natürlich das Potenzial ebenfalls da, wenn es zu einem Abrall kommt und das Ganze sieht dann halt so aus, dass wir entsprechend von jetzt an, wenn man das mal so nimmt, hier einfach nach oben läuft, also hier ging es nach unten, hier hat man die Bewegung, hier hat man wieder ein Stück nach unten und wenn wir jetzt tatsächlich nach oben laufen, das wäre dann mal so ein typisches Abrallszenario und wenn der Markt das spielt, deswegen ist das hier auch ein sogenannter Drehpunkt, wenn der Markt das spielt, dann haben wir auf der Oberseite wieder ein paar Marker liegen und zwar erstens hier dieses Bruchlevel um die 0,89,64, dann den alten Widerstand, wo wir ja nur kurz drüber gelupft sind und dann wieder komplett den Abverkauf gesehen haben, um die Marke von 0,89,090 hier in diesem Bereich direkt, also 0,900, viele Nullen dahinter und dann oben natürlich drauf zu sehen, hier der Umdrehbereich, den wir hier gehabt haben, das wäre es dann natürlich für die Longseite als Auflaufpunkt um die 0,90,54, wenn wir tatsächlich den Abprall von der Unterseite zur Oberseite sehen. Also hier stehen wir kurz vor der Entscheidung, auch hier hinschauen wird sich lohnen. Damit haben wir die drei Handelspaare durch, jetzt schaue ich noch mal kurz in die Chats rein, ob Fragen da sind. Fragen sehe ich momentan keine, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier an dieser Stelle kurz noch mal auf die Indizes und da juckt mich so ein bisschen der Dau in den Fingern. Schaut euch mal an, was hier im Dau passiert. Wir lösen gerade die Korrektur auf. Das ist doch eine feine Geschichte. Wir hatten den Dau ja vor kurzem über die Longseite besprochen, hier an dieser Stelle und schaut mal, was der Dau macht. Wir hatten, als wir gesprochen hatten, hier über diesen kleinen Schwungbereich gesprochen, das war der Anlaufpunkt nach unten, als wir von hier unten nach oben ausgebrochen sind. Hier in etwa die Marke von 25,788 auf der Oberseite, da hatten wir leicht dieses Hoch, wartet mal, wo war denn hier das direkte Hoch? Das haben wir gehabt bei 25,840 hatten wir es hier liegen und da laufen wir jetzt drüber und schaut euch mal an, was der Markt hier macht. Er setzt den bestehenden Bewegungstrend nach oben fort und das Ganze bringt uns doch deutlich in die Situation hier über das Gap-Tief, also das Gap-Tief hier unten war ja noch der Spike, aber hier hat man ja den Schlusskurs, bevor dann das Gap gerissen wurde. Das will der Markt jetzt rausnehmen. Das ist sehr, sehr positiv zu sehen und wenn wir hier tatsächlich drüber laufen, ist der Weg jetzt hier im Trend fortgesetzt auf die nächste Marke bei 27,000, oben hier 100. Das ist der nächste Anlaufpunkt zur Oberseite und das ist wirklich sehr, sehr, sehr charmant und schaut euch mal an, wie wir das hier haben. Ich nehme hier kurz mal die Trenderkennung ein bisschen raus aus dem größeren Bild. Schaut mal, wie schön wir hier nach oben schwingen. Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, hier sehen wir untergeordnet, wie sich der Trend nach oben formiert, also Trend in Trend und hier sehen wir wirklich schön der Lauf nach oben hin rein. Für diejenigen, die es im ganz, ganz kurzfristigen Bild traden wollen, für die ist es jetzt natürlich wichtig, wir sollten hier, wenn wir auf der Long-Seite unterwegs bleiben wollen, nicht unter die 25,788 drunter fallen. Das ist das kleine Korrektur-Tief hier unten. Wenn das kommt, die kurzfristigen Trader bitte aufgepasst, da schauen wir jetzt mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein und ich zoome das mal kurz etwas zusammen und mache es mal ein bisschen groß hier, damit wir ein bisschen mal sehen können. Also sollten wir tatsächlich hier unter dieses Level drunter fallen, dann können wir ein paar Anlaufmarker suchen, die zeichne ich einfach mal kurz ein. Schaut mal hier, ich mache es mal kurz magendafarben, damit wir es dann am Ende auch im Tagesschart erkennen können oder im Stundenchart, was es ist. Schaut mal, das sind die kleinen, die kleinen Mini-Anlaufpunkte. Hier dieser alte Kaufbereich um die 25,697 unten drunter, das ist das eine. Den nächsten Bereich haben wir dann hier um die 25,566 und dann hier an dieser Stelle wieder ein wichtiger Bereich, ein Kaufbereich an dieser Stelle. Hier drüben war es der Verkaufbereich, aber schaut mal, diese Marke hat immer mal Relevanz gehabt. Hier knapp 25,533, 35 in diesem Bereich. Das sind die Level, sollten wir doch mal einen kurzen Peaks nach unten machen. Das sind die Anlaufpunkte, die wir hier kurzfristig auf der Uhr haben sollten, um die Korrektur der letzten schönen Aufwärtsbewegung hier mit zu traden. Wie schon gesagt, das sind die Marker, die für das Intraday Trading hier interessant sind. Das Ganze sieht man dann, wie schon gesagt, wenn man es mal ranzoomt im Stundenchart, das ist jetzt innerhalb der letzten Bewegung hier und da sieht man halt auch, wie gut dieses Tool hier arbeitet, dieses MTU in Live Signal. Schaut's, das zeigt uns einfach die letzten Trends an und die Anlaufpunkte, die wir für die Korrektur der größeren Richtung haben, das sind halt immer schön die Trendtiefs und die haben wir hier liegen, schaut man, die sieht man hier wirklich sehr, sehr schön und damit macht das Tool auch wirklich Freude und unterstützt den Trader wirklich sehr, sehr gut. Das mit Blick in den Dow und jetzt noch kurz der Blick in den DAX, gleiches Bild, sehr schön bullish. Hier will ich gar nicht viel zu sagen, weil hier braucht man nicht viel zu sagen. Wir haben den Bullenmarkt weiter im Laufen und wir gehen hier ganz klar auf das Hoch hier oben zu, auf dieses Trend, hoch auf dieses Größere, um die Marke von 12.280 zählen. Wir haben mittlerweile die Marke von 12.100 deutlich zurückerobert. Nächster Anlaufpunkt 12.280, das sehen wir hier. Schöne Dynamik nach oben und damit, sage ich mal, die Bullen sind weiterhin in Kauflaune. Die Nachrichten, die wir bekommen aus den Lockdown-Lockerungen, die helfen hier dem DAX auch auf die Beine. Wir schauen, wie es weitergeht. Anlaufpunkte nach oben und nach unten haben wir, wie schon gesagt, da im kurzfristigen Bereich ganz klar, was wir jetzt im Tagesschat sehen hier oben. Dieser Widerstandsbereich nach unten hin, da muss ich jetzt mal ganz kurz in die Stunde reinschauen. Da sehen wir es, wenn wir für die kurzfristigen Trades das Ganze mal nehmen so oder wollen hier an dieser Stelle, wartet, ich nehme es mal kurz hoch, hier schaut mal, solange wie wir hier oben drüber bleiben, also über der Marke von 12.100 und gut 16 Zählern ist mit der Long-Seite alles okay. Wenn wir hier kurzfristig drunter laufen sollten, ja, dann haben wir kurzfristiger Anlaufmarker hier in diesem Bereich hier oben, da der Marker um die 12.082 beziehungsweise hier dieser Bereich um die 12.064 beziehungsweise hier das Ausbruchslevel um die 12.056. Also der Schwungbereich, den haben wir da, hier an dieser Bereich, kurzfristiger Anlaufmarker zur Chart-Unterseite hier im DAX. Damit sage ich, weil keine weiteren Fragen sind, danke für die Zeit. in 5 Minuten geht der offizielle Handel los. Danke fürs Zuschauen und ich sage, allen gute Trades empfehlen Sie uns weiter und ich sage mal, bis morgen. Ich freue mich schon drauf, bis dahin. Allen gute Trades. Tschüss.